Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Quick-Times verkacke auf dem letzten Meter hier. Die Kava-Gruppe. Ich brauche nur eine Minute. Ich sollte dich dann aus deiner Misery ausziehen. Ich schaue jetzt auf Kenny. Er ist einfach... Er scheint gebrochen. Er macht wirklich diesen Comic-Stil dieser Serie. Wofür die Telltale-Game-Serie auch tatsächlich bekannt ist. Ja, man macht's doch so ein bisschen unik, ne? Da haben wir aufhört. Und der Ding der Shitloss. Denn ist die Scheiße durch den Ventilator geflogen. So. Das wird wahrscheinlich gleich losgehen hier. Ja, die Spielserie passt sich deine Entscheidung an. Die Geschichte wird an deine Spielweise angepasst. Großartig in meiner Macht. Großartig einfach in meiner Macht. Dein Puls ist schon auf 200 bei mir. Clemmie ist getroffen. Ist Clemmie verwundert? Okay, Mike ist outgeschossen. Einer von den Russen hat's errischt. Gut lebt. Sehr gut. Okay, hier kenn ich's auch noch. Am Start. Sehr gut. Sag du eine Lilie, Minya. Hol das Baby. Hol das Baby. Und hinrum. Los. wir müssen das baby holen wir müssen das baby sehr schön großrotze weg schockt da mit einer hand dann du es Geh es und mach es! Ja, ja, okay. Das muss nicht mehr schlimmer werden, als es bereits ist! Du kannst einfach gehen! Wir stehen sich fünf Meter hinüber. Das ist so ein bisschen wie Division. Entdeckungsshooter. Englisch, Mutterf***er! Wenn ich nur auf die Seite der Wälder komme, kann ich vielleicht einen Angeln auf diesen Mann. Ich versuch' mich, okay? Ich versuch' mich. Hey, ich versuch' mich. Ich versuch' ihn. Ja? Gut, gut. Ich brauche nur die Distraktion. Okay? Ich versuch' mich. Geh! Hey! Was bist du? Ah! Oh, okay! Shit! Luke ist angeschossen worden. Boom! Okay. Kenny hat ihn ausgeschaltet. Scheinbar nur noch ein Schütze da. Bist du okay? Bist du okay? Bist du okay? Bist du mich in den Legen? Ich denke... Ich denke, er geht direkt durch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist natürlich nicht gut. Ich denke, ich werde gut sein. Okay. Kopf runter. Oh! Holen wir uns jetzt den kleinen Album? Okay. Jetzt haben wir erstmal ne Geisel. Nein! Nein! Naja, außergewöhnliche Situation, ne? Was? Wenn ich noch Russisch kann, könnt ihr das mal bitte kurz übersetzen? Oh, shit. Okay. Oh, nein. Sie... Gut zum Zombie. Ja, na, sie ist... Was? Seine Schwester? Das war wahrscheinlich seine Schwester, die Kranke. Oh! Natascha! Nein! Please! Zombie! Was willst du? Wie? Wo? Was ist... Wie? Was? Was? Yes! Jane! Nice! Sie ist zurück! Und High Five! Ja, haben wir ja mal die Gruppe gut aufgerieben, würde ich sagen. Hier, ich habe sie. Aber vielleicht haben die noch irgendwelche Leute in den Büschen zu sitzen. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar neue Waffen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, wir haben noch eine Menge Munition verloren. Jesus Christ! Das war, äh... Das war intensiv. Ich dachte... Nee, ich dachte das war es. Ja, das war es für diese Scheiße. Danke, dass du zurückgekommen bist. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich wusste nicht diesen Mann. Ich habe nie jemanden zu töten, der mich in irgendeinem Weise verletzt hat. Der hat es nicht geschehen. Ich versuchte, dass er ein Gehörer war. Aber... Es ist anders. Du hast uns gerettet. Ja. Das ist, warum ich es getan habe. Aber... Es fühlte sich falsch. Komm zurück in die Herde. Okay. Wie hat das passiert? Sie hat... ...gewandelt. Just so. Hätte das jetzt was gebracht. Hätte man noch ein bisschen länger gewartet. Hätte sie vielleicht nicht verwandelt. Hätte sie vielleicht nicht verwandelt. Wäre sie vielleicht nicht krank gewesen. Wäre sie vielleicht nicht krank gewesen. Was sie hatte, um die Kinder zu schützen. Das ist nicht deine Schuld. Sie hat nur... Sie hat nur zu viel Blut verloren. Okay. Der hat ein paar Tage mehr auch nicht geworfen. Es ist niemandem fault. Ich will ihn abnehmen. Er hat uns natürlich viel verarscht. Er ist nicht derjenige, der uns schlägt. Er ist nicht derjenige, der uns schlägt. Der Mann ist tot. Nur weil er keine Geräte hat, bedeutet sie nicht. Der hat ihn nicht. Ich lasse ihn allein. Es ist ein Haus. Es ist wirklich wahr. Wir haben ein Platz. Nicht weit. Er ist nicht. Er will helfen. Oh, nicht dumm. Naja, er kann doch jetzt einfach nur um sein Leben fliehen. Warum in der Hölle würdest du uns helfen? Ich will jetzt sehen, was die Menschen tot sind. Dann klampe deine Augen und ich mache es schnell. Kenny, zurück! Wenn er die Wahrheit sagt, könnte es uns alle retten. Und wenn es eine Trappe ist, werden wir alle tot. Wir brauchen die Essen. Niemand von ihnen will es sein, wenn wir alle tot zu sterben. Sie ist richtig, Kenny. Wir fahren mit Lohn-Suppleern, wie es ist. Es ist wert, den Risiko zu schauen, dass wir diesen Ort aussehen. Trust ihn, nicht trust ihn. Es ist egal. Wir sollten doch auch gehen. Wir müssen nur aufmerksam sein. Es kann nicht weit von hier sein. Du bleibst davon aus! Du bist der Grund, warum diese F***er uns in der ersten Zeit gekommen sind. Nicht versuchen, das auf mich zu schützen. Lass dich weg, Kenny. Sie hat uns nur geholfen. Schau, nicht zu Beginn, okay? Ich bin sicher, dass du wirklich entspannt hast, deine Freundin zurückzunehmen. Ich war da mit ihr. Ich war da mit ihr. Ich war auch mit ihr. Ich war auch mit ihr. Denkst über das Baby, Kenny. Denkst über das Baby. Der Verbrauch. Wir brauchen ihn. Wir werden ihn nicht mehr dauern, ohne mehr Essen. Wir können nicht mehr essen, noch trinken, noch Dach immer kochen. Lebensmittel ist jetzt das Allerwichtigste, irgendwie. Wir sind seit Tagen jetzt irgendwie im Schnee unterwegs. Und sind alle nur für einen sonnigen Herbsttag angezogen. Also, Dach immer am Kopf. Verpflegung. Gib mir nur einen Grund. Ja, Mann. Er bekommt es. Okay, Luke ist natürlich angeschossen. Das ist nicht so gut. Jetzt muss man Luke unertragen. Die Gruppe wird immer kleiner. Okay, jetzt haben wir natürlich ja Jane dabei. Zum Keks. Ich bin froh, dass du da bist. Gib mir nur froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich wollte nicht, dass du in den ersten Platz gehst. Danke. Das ist gut. Ich muss mich über 90% durchkommen. Und mich eigentlich so mit allen Jungen zu stellen. So, das ist der grobe Plan. Ich würde nicht, dass es anzuhörend sein wird. Nein. Das würde so sein. Ich werde versuchen. Ja, natürlich. Ich stelle mal die Szene um. All I can do is... Großartig. Großartig. Müssen wir mal noch ein Emote machen. Szene. Sorry. Du musst nicht die Kugel in den ganzen Tag. Du vergisst, was wir gerade durch? Er geht nicht anywhere, Kenny. Keine Chance, dass du deinen Arm so schraubt hast. Ich bin über Kenny. Er ist in einem dunklen Platz. Wir müssen uns auf ihn halten. Alles, was er durchgebracht hat. Er ist verloren. Er ist erneut. Er ist nicht okay. Ich habe ihn schon lange kennengelernt. Es beginnt, dass er auf ihn verbreitet hat. Er ist auf ihn. Jeder hat einen Bremsenpunkt. Was ist passiert da gerade? Ich kann es nicht erkennen. Was ist denn los? Ich bin derjenige, den er mich vertraut hat. Das bedeutet, dass du ihn wirklich vertraut hast. Entschuldigung. Er ist auf dich. Wenn wir wirklich das funktionieren, wir sind alle auf dich. Er ist schwerer als ob du denkst. Er kann es halten. Ich glaube nicht, dass er es kann. Du wirst sehen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Komm schon, slowpokes! Wir haben so bei Galactica mal gesagt, das hoffen wir alle. Oder irgend so was. Das war doch auch so ein geflügeltes Abschiedwort. Das hoffen wir alle. Oder irgend so was. Dave, du hast doch Galactica bestimmt gekickt. Als alter Sci-Fi-Typ. Ja, was auch wirklich großartig ist, ist halt die musikalische Untermalung, die einfach mal wie so ein Messerstich ins Herz sticht. Aber mich holt es emotional sehr ab. Irgendwie, weil er halt wirklich kreise das alles noch so dermaßen unterstützt. Okay, also Kenny ist definitiv vom Kriegspfad, der will Blut sehen. Oh, sind Schuhe. Entspann nicht mal. Ja, lass ihn allein! Just fucking stay put! Ich muss sagen, also Kenny hat in dieser Season echt mega viel durchgemacht. Irgendwie hat gerade seine Frau verloren, irgendwie. Und zum wiederholten Male. Er hat schon mal seine Frau, also schon mal eine Frau und ein Kind verloren in der vorigen Staffel. Jetzt wieder eine Frau. Also der Mann ist echt am Boden. Du kannst nachvollziehen, dass er so reagiert. Ja, die ich halt in unserer Natur. Aber nicht schau auf mich. Ich bin nicht der Mann. Oh, das ist nicht wahr. Du kannst auch in deinen Fährschärten-Piss-Matchen. Du bist? Nein, ich bin nicht so. Es gibt auch gute Männer. Nee, das war auch nicht so. Lieber wirklich ein cooler Typ. Staffel 1. Schien, mein Soja. Hey, Bonnie. Ja? Ich bin sorry. Für was? Ich bin gleich zurück. Wahrscheinlich für damals, ne? Also, ähm... Bonnie hatte uns ja am Anfang der Season... Äh, du kommst in Ordnung. Wie geht's dir? Du bist dich beschissen aus. Komm, wie geht's dir? Wie ist er wichtig? Moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Grand Final. Grand Final heute hier. Ja, Bonnie hatte uns damals mit der Kava-Gruppe äh, am Anfang der Season, ähm... Äh, fast ver... So, ja, verraten. Und wahrscheinlich gab's da nochmal irgendwie... einen kleinen Zwiespalt zwischen den beiden. Wir sind gelaufen, äh, was meinst du? Denke nicht, ey, Cup... Was meinst du? Keine Ahnung, Cup jetzt nicht zugehört. Ich denke, das ist ein Durchschuss. Wenn so viele von meinen Freunden sind, äh, grundlegend. Ja, das kann man so nicht sagen. Komm. Was halt schon hier wird für die Gruppe. Nick, Pete, Alvin und Becca. Sind Carlos, Sarah. Und für was? Das ist nicht deine Schuld. Nein. Nicht komplett. Ich könnte mehr gemacht haben. Und das ist nicht für ein Debatte. Ich weiß, was meine Böden... Ich hätte mich auch anders entscheiden können. Aber so ist es jetzt nochmal hier im Spiel. Okay, das sollte funktionieren. Das ist perfekt. Ist das ein kleines Pioniertuch? Was habe ich mir gefehlt? Hm? Äh, nichts mehr. Du weißt, ich bin meistens klänen. Ah, das wird bald. Komm. Ich habe nur gesagt, wie kalt es ist, seitdem. Ja, gut, dass du diese coolen Jacket hast, oder? Das ist ja heiße Jacke, wirklich. Ich bin sicher, dass die meisten davon mit ein bisschen Soap und Wasser rauskommt. Ich bin gut. Was für eine Krasse ist, sie haben sich ja wirklich mit diesen ganzen Zombie-Schnadotts eingerieben, damit sie durch so eine Horde kommen. Irgendwie, das muss so stinken. Man sieht es ja zwar nicht mehr, aber Klamotten haben sie nicht gewaschen. Ich glaube, ich glaube, dass er es mit mir gefühlt hat. Aber du weißt ihn besser, als ich. Äh, vielleicht wird er dich nicht tun lassen. Okay, ich will nichts mitlesen. Ich muss mal mitlesen, ja. Quatsch nicht so viel. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Aber nur für eine Sekunde. Es wird es verletzen. Wir wissen, was es macht. Es wird es verletzen. Es wird es verletzen. Wir müssen es durchziehen. In der letzten Folge dachte ich schon fast, irgendwie, ich muss eine Geburt machen hier. Also, eine Geburt begleiten. Alvin Junior. Seine Eltern hätten es gefallen. Hat er ja, sagt der Papa. Alvin Junior. Alvin Junior es ist. Gibt es dir das? Ich denke, AJ hat es verletzt. Was hast du da? Ich denke, ich bin gut. Ich habe es vorhin erwähnt. Der Bombay. Ich habe deine Bandage verletzt. Es ist so, dass ich keine Wahl habe. Nein, du hast es nicht. Du musst nicht so etwas machen. Du musst nicht so viel machen. Kenny hat übrigens eine zertrommerte Augenhöhle. Ohne so geil, irgendwie. Na dann. Ach, was ist denn? Ich muss es erkennen. Ich bin glücklich, Carver ist tot. Ja, der hat ihm das irgendwie angetan. So, na dann. Tupfen. Na los, ruf damit. Oh, das muss so höllisch brennen jetzt. Das tut vielleicht ein wenig weh. Das ist ja kein Verhältnis. Ja. Es wird ein wenig verletzt. Du denkst? So, ruf damit. Oh. Oh, mein fucking Hell. Du musst zu spüren. Das ist komplett so eine offene Wunde am Schädel und auch irgendwie. Also schon an deinen Extremitäten tut das schon weh. Aber da. Huh. Das zischt auch so schön. Sorry about the language, Junior. Er wird so stark wie sein Dad. Oh, schon wieder tot. Oh, schon wieder tot. Ich lese jetzt sehr viel hätte, könnte, würde. Er hat sich auch für die Gruppe. Wir sind alle schuld. Erziehen richtig. Das beste, was du für Alvin und Rebecca und Alvin kannst tun kannst, ist, dass er ihn richtig ist. Er ist sicher, dass er sicher ist. Ich bin erinnert. Aber irgendwie, ansonsten, verliert er sich. So, na, dann wieder ruf den dreckigen Lappen. Und, na, aber. Ich hoffe, er ist wenigstens jetzt ein bisschen sauberer. Alles klar. Danke, sweetie. Ja. Sind wir bereit, zu gehen? Nein. Einiges bisschen. Lass uns rauskommen. So viel, dieser Wicht und Eishai. Sunschein war jetzt dann auch schon hier. Mal gucken, vielleicht kommt es auch noch mit dazu. Vielleicht schaut es ja auch gerade zu und lurkt ein bisschen. Da wollte er doch jetzt dann wirklich noch zu Martin raiden. Da hat er schon Feierabend gemacht. Macht jetzt bloß noch Halbtagsalarbeit. Also, es ist auf Kurzarbeit. Das ist es? Hey, ich spreche dir. Was? Es? Es ist was? Was meinst du, was? Das Ort, wo du uns f***ing angenommen hast. Wie weit noch? Arvo, das ist nicht, was du uns angenommen hast, oder? Wie viel weiter ist das Haus, das du über das gesprochen hast? Antwort ihr, Gott sei Dank. Es ist noch mehr Wurzeln. Es sind noch mehr Stunden. Gott sei Dank. Ich wusste, das würde passieren. Dieser Mann hat uns f***ing. Danke. Okay. Ja, dann muss man erst mal mal ein klinges Umspannwerk da unten. Ist das ein Haus rechts? Also kann man da hin? Say, maybe. Kann ich nur versuchen, zu haben eine calm, quiete Nacht? Bitte. Das klingt toll. Ja. Ja, es macht. Oh, shit. Sorry about that. Es ist alles klar, buddy. Es ist alles klar. Wenn wir bleiben, müssen wir das Haus rauskennen. Okay. Ihr wartet hier. Ich mache sicher, dass das kein Walkernest, das wir uns in locken. Ich gehe mit dir. Dann säubern wir erstmal die Hütte und dann gucken wir mal. Wie? Zerpickt ihn clean? Gut, 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 gut. Nein, das ist alles du. Aber es ist ein Beruhigt. Er ist niedlich. Er nervt. Noch, er ist niedlich. Komm. Ja, er ist, nicht wahr? Die meisten Babys sind ziemlich witzig, so kurz nach dem Geburtstag. Das ist wahr. Sie seien meistens wie weird kleine Aliens. Hier, ich habe sie. Ich kenne noch so eine Person, die das immer noch tun hat. Du, wie hässliche, kleine Aliens aussehen. So, okay. Ich hoffe, dass da jetzt keine Streuner sind. Okay, durchsuchen wurde abgehört. Heute ist mein Geburtstag. Oh, was? Ich weiß nicht, wie ich bin. Na Moment. Happy Birthday, Luke. Ja, Mann. Happy Birthday. Danke. So, das macht mich... Du... was? 27? Das ist richtig. Ich bin froh, dass du dich erinnerst. Ich bin sicher, dass du viel älter fühlst. Du kannst nicht mit diesem Schein anfangen. Ich bin seit fünf Jahren aus der Schule. Ich fühle mich wie ein Millionen Jahre alt. Aber ich muss mich nicht über die Student-Leute bezahlen. Ich bin sicher, dass ein Schein auf dem Papier sitzt, wunderschönt zu holen. Was hast du studiert? Ich studiert in Art History. Das ist cool. Das klingt so, als ob du an Nathan Drake gearbeitet hast. Vom Look und alles. Oh, stopp. Du kriegst einen Miner in Agrikulturen. Du bleibst den alten Mann glücklich. Oh, ich habe fast vergessen. Wir haben ihn für eine besondere Zeit, Mann. Es wäre dein Geburtstag und alles. Eine Figur. Das ist so gut als Annie. Wo hast du ihn? Bill hat alle Alkohol in den Arm. So, also Clemmy ist öfter. Aber du kannst jetzt erstmal nochmal einen Bogen rummachen. Was bedeutet das? Trinken. Er... Er dachte nicht, dass Leute trinken sollten. Ich fühle mich ein bisschen schuld, den ersten... Woah, warte! Du musst einen Toast machen. Einen Toast? Ich bin nicht wirklich der... Komm schon, Geburtstag, Junge. Es muss nicht so gut sein. Ein Toast bedeutet, dass wir alle etwas machen müssen. Oh, wir können einfach die Bottel nachher. Los geht's. Ich denke, dass wir sie wiedersehen. Das war ein Schmerz. Ja? Du bist ein schwerer Junge. Ich kann es nehmen. Nein, du bleib wärmer. Clem, lass ihn gehen. Ich werde auf den Hohen in der Tasche. Du brauchst nichts. Danke, Kenny. Der Feuer ist echt schön. Wenn du viel wärmer willst. Vielleicht in ein bisschen. Aber... Ich erwartet nicht, dass sie zurückkommen ist. Nur als ich dachte, dass ich sie herausgefunden habe. Sie ist auf der Überraschung. Das ist eine gute Sache. Du sagst das. Ich weiß, ich weiß. Ich bin froh, dass sie hier ist. Wir sind glücklich, dass sie hier haben. Ich bin glücklich, dass sie hier ist. Ich bin glücklich, dass sie hier ist. Sie hat uns da geholfen. Das setzt sie in meinem Buch. Es ist kein Geheimnis, wie du sie fühlst. Ich weiß nicht. Oh, komm mal. Ich bin nur überraschend. Es war dumm. Ich verstehe. Sie ist eine schöne Frau. Wenn sie sich über die Schraube und Götze verabschiedet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte sie über all diese Sachen vergessen, etwa 10 Minuten. 10 Minuten? Man, das ist länger als ich an dieser Stelle. Hey! Okay, okay. Es war nicht 10 Minuten. Komm mal. Wir haben einen kleinen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Es ist meine Schuld, um es zu bringen. Ich weiß, was Sie darüber sprechen. Ich hoffe nicht. Sie sprechen über... ...küssen. Äh... Ja. 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 Das ist genau das. Es war es genau das. Es war kein Küsse? Du schaffst jetzt. Die beiden von euch. Luke hat nämlich hier vorne mit Jane so ein bisschen angewandelt. Vielleicht kam sie zurück für dich. Plop. Aber 18. Äh... Ich weiß nicht, was sie da sagen hat. Ich weiß nicht. Vielleicht mag sie ihn? Nein. Ich denke, wir können besser auf das. Weil du hier sehen kannst. Luke ist ein normaler Kastner. Hey. Shut up. Sei modisch. Deine Bewegung sind auf alle die Leute. Alle die Leute. Auf alle die Leute. Auf alle die Leute. Oh shit. Ich habe es auch gemacht, nicht? Entschuldigung. Es ist die dringend. Sie sagen, ein dringend ist, dass ein dringend ist. Sie sagen, ein dringend ist, dass ein dringend ist. Ich bin ein Mann. So, und dann holen wir doch mal hier Jane ran. Schwupp, wupp, 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 wupp. So, Jane. Hier. Tschüssi. Sie erwarten, dass du mich da mit Alkohol anrufst? Ich hätte nicht erwartet, dass eine Brille so lange dauert. Wahrscheinlich für alle. Wir wollen nur, dass du dich willkommen fühlst. Es ist bei dem Feuer. Was ist es? Es ist Rum? Ich weiß nicht. Es ist vielleicht wunderschön. Ich habe nicht erwartet, dass du... Wir sind alle erwachsen. Es muss nicht sein. Wir sind alle Kinder hier. Wir sind jetzt, oder? Du weißt, was ich meine. Mütig oder was auch. Ich wünsche, dass es so einfach war. Es ist. Die Leute lieben es einfach, es schwerer zu machen, als es muss sein. Das ist gut. Warum fühlt es sich, als ob ich ein Kontrakt oder was? Das ist wirklich gut. Hast du noch? Willst du einen Sippen? Es ist okay. Okay. Es wird nur ein bisschen verbrechen. Nein, danke. Ich versuche zurück. Du kannst dann der designierte Fahrer sein. Cool. Aber ich weiß nicht, wie fahren zu fahren. Es ist jetzt einfacher. Es gibt keine Autoren. Ich war nicht zu viel älter als du, als ich meine erste Trink hatte. Gott, ich bin so dumm. Es war eine Zeit, wenn ich mich in meine Elterns-Liquor-Kabinette und trinke eine ganze Bottle dieser wirklich... ...speise-sweet-Liquor. Oh. Was war der Name? Ich war dumm. Erflich. 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 Es ist so, als ob du ein Kind bist. Ich glaube, ich war es. Auf der Bottle waren diese... ...Sugar-Krystalle. Und ich habe es in meinem Kopf, ...die ich wirklich wollte, ein paar zu essen. Also habe ich die beste Idee, ...dass mich auf meine Elterns-Liquor-Kabinette zu spüren, um ihn zu spüren. Und es hat sich in ein Tausend-Kabinett. Du hast es getötet? Ja. Ein Problem mit Glas ist, es sieht ein bisschen wie Zucker-Krystall. Das ist nie wirklich ein Problem für mich. Ich behalte es so. Meine Freundin hat mich gefunden. Drunk. Blut aus meinem Kopf. Jamie dachte, ich sterbe. Also hat sie 9-1-1. Sie spüren meinen Kopf. Holy Shit. Mein erstes Eingetränk war Erdbeer-Perrwein. Habe die Seele aus dem Merkbekotzt. Ach Mutti, echt jetzt, ja? Ach du Arme. Ich glaube, ein Deal ist ein Deal. Hier. Bei mir war's klassisch. Ein Schluck Bier. Irgendwie. Mein Vater irgendwann so, in einer feierlichen Minute. So, Sohn! Nun ist es Zeit für deinen ersten Schluck Bier. Zeit für dich nicht witzig machen. Willst du hier sitzen? Nein. Das ist... Ich bin gut. Oh, ja. Okay. Woher du möchtest. So, jetzt wollen wir noch Kenny hier immer dran. the restigen ... Top Musik Top Nummeres